Hallo, ich bin's, Mac Peppery. Ja, ich wollte einmal eine kleine Ankündigung hier auf meinem Kanal machen. Und zwar geht es darum, dass wir ja dieses Jahr Weihnachten nicht so feiern werden, wie wir das ja im Allgemeinen kennen. Wir hatten das Ostern ja schon und jetzt wird es Weihnachten so sein. Und ja, Ostern hatte ich aufgrund der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkung dann viele Grußvideos gemacht und das kam sehr, sehr gut an. Die Leute haben sich wirklich darüber gefreut und deshalb werde ich das jetzt zu Weihnachten auch wieder machen. Keine Sorge, ich weiß nicht, jeder mag diese Videos. Es wird natürlich auch der altbekannte Content weiterhin folgen, sprich diese Grußvideos kommen nur parallel als Zusatzangebot. Ja, wer das Ganze nicht mag, sich nicht antun möchte, der braucht es einfach nicht anklicken. Wie gesagt, der andere Content, der folgt weiterhin wie gewohnt. Ja, ich hoffe, dass ich da mit einigen Leuten eine Freude machen kann. Das wollte ich euch vorab nur sagen. Nicht, dass ihr euch wundert, ja, was kommen jetzt so Grußvideos? Das macht ihr doch normalerweise nicht bzw. wo man ganz selten zu gewissen Anlässen. Ja, da steht einfach dahinter, dass ich jetzt, oder da steckt einfach dahinter, dass ich damit einige Leute erreichen will und eine Freude machen will und die sich vielleicht auch untereinander dann diese Grußvideos schicken können. Das wird nämlich gerne gemacht. Gerade von, ja, Leuten, die auch schon im etwas höheren Alter sind. Die mögen das besonders gerne. Und, ja, weiß ich, von meiner Mutter, von anderen Umis, die sich das gerne schicken. Und, ja, vielleicht kann ich den ein oder anderen damit eine Freude machen. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine schöne Adventszeit. Trotz allem bleibt gesund und fit. Und, ja, ich hoffe, ihr sehen uns. Euer Mektabrik.